Einen wunderschönen guten Morgen. Ich konnte es mir für den heutigen Tag nicht verkneifen, in das politische Geschehen, was sich gestern halt abspielte, einzugreifen. Und zwar möchte ich das tun mit dem folgenden Zitat Es ist nur so viel Freiheit möglich, wie die Sicherheitslage es zulässt. Und zwar ist das ein Satz im Wortlaut, im Parteientwurf, im Programmentwurf, so ist es richtig, im Programmentwurf, in der AfD. Also für alle Spaßnasen, die gestern der Meinung waren, ja, Flüchtlinge sind kacke, deswegen wähle ich jetzt die AfD, die sollten mal genauer in das Paket reingucken, was da noch so drinne ist. Und ich habe diesbezüglich halt einen sehr guten Artikel, den ich gelesen habe und unten verlinkt habe. Ja, gelesen. Und dort stand halt unter anderem dieser wunderbare Satz drinne, der halt zeigt, hey, diese AfD ist keine Alternative, das ist quasi die Tea-Party-Bewegung in Deutschland. Und weil ich diesen Satz so erschütternd fand, wie auch treffend, wie auch augenöffnend hoffentlich für einige von euch, denke ich, nehme ich den als Zitat mal rein. Normalerweise sind ja sonst politische Sachen, passieren sonst auf meinem Kanal Occupy 2.0. Auch nochmal der Link über den Kommentaren unter diesem Video. Ja. Hier ist er nochmal. Lasst ihn euch auf der Zunge zergehen, vor allem alle Leute, die so Probleme mit Spionage und NSA haben. Es ist nur so viel Freiheit möglich, wie die Sicherheitslage es zulässt. Also Abhör 3.0 mit der AfD scheinbar. Ja. Und solltet ihr dennoch wählen gehen, lebt wohl. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020